Da ist er. Da ist er. Hm, bist du dir sicher, dass das gesund ist? Ach nee, warte mal. Scheiße! Nein! 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 Oh, ich bin so... Boah, nein! Ey, geh mir nicht auf den Sack, ey. Nein, das... Ja, nein! Äh, das ist schlecht. Wir brauchen zwei Kugelfüsse, ich revidiere. Das ist schlecht. Kriegst du ihn nicht wieder, sag mal? Nein, das war ein Geschenk. Sag nix. Nein. Nein. Schweig still! Oh Gott. Angeln macht Spaß. Genau, Heiko. Bei Farmers Dynasty, bei Lumberjacks Dynasty. Angeln macht Spaß, klar. Überhaupt kein Problem. Oh, ich hab den Kugel, den einzigen Kugelfrisch, den wir hatten, dem der falschen Person geschenkt. Ich hab Harvey mit Dimitrius verwechselt. Das ist einfach böse. Das ist echt heute nicht mein Tag. Bäume hacken auf der Farm, ist das Hofarbeit? Heiko, Bäume hacken auf der Farm, ist das Hofarbeit? Nicht mit dem Fischen bei mir, ey. Das ist so unglaublich. Nicht in der Lage, so ein lustig, einen Fisch zu kriegen. Okay, das gehört mit zur Hofarbeit. Ich will unbedingt das Geld ausgeben, bevor Susi das macht. Ich will nicht mehr, die Hofarbeit. Aber, wie ist das? Der da oben? Das ist schon da oben, du A. Was? Der war so schnell. Du A? Aß, ja, Aß. Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Ich muss mal zum Kinderart meine Motorik mal testen lassen. Zum Kind? Was hast du grad? Das hatte ich jetzt erst mal. Das hat jetzt Sekunden gedauert. Bist du das? Ähm. Du hast das schon richtig verstanden. Ich hab keinen Bock mehr. Ich glaub, wir müssen uns den Kugelfisch echt fangen, du. Der kaufen. Ja, aber der ist ja nicht dabei. Nein, das ist ja das Blöde. Ui. Wir haben aber auch alles Wünsche. Ich möchte, dass am Ende der Nacht dasteht. Lieber Michi, schönen Dank, dass du reingeschaut hast. Vielen Dank. Ja, tschau. Ist heute etwas sehr durcheinander. Ist heute etwas sehr durcheinander. Es ist, ähm... Gute Nacht. Gute Nacht. Schön, dass du reingeschaut hast. Vielen Dank für die tausend Herzen. Danke, 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 danke. 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 Tschau. Danke. Tschau. 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 Schau. wieso hast denn du einen stein gemacht was habe ich was ist denn das für eine maschine hier was ich mich jetzt ärgere dass ich das dem falschen gegeben habe ja das glaube ich tatsächlich habe ich jetzt wo habe ich jetzt ein stein gemacht hier bei mir in dieser maschine das ist da habe ich müll reingeschmissen und dann wird aus dem müll wird irgendwas besonderes kerzen und so weiter weißt du ja weißt du das nicht mehr was schon alles verdrängt ja ich glaube die kühe gehen von als ich aus alleine rein ist ja geil naja klar gehen die es ist abend zeit ich habe es immer nur mich gewundert warum die schon drin sind ja abend zeit gehen diese immer schön alleine rein ich will seid ihr noch nicht also hühner sind noch nicht alle drinne 1 2 3 gut gut die sau fehlt noch die sau fehlt noch kommt wenn sie sagt sie kommen kommt oder so ähnlich war das mit der mayonaise dass man die auch ich muss das jetzt austesten ich frage jetzt nicht mehr ich muss das jetzt echt austesten konnte man die mayonaise die konnte man nicht noch da unten mit rein tun oder ich sage jetzt mal damit ihr wisst doch die katze schläft in unserem bett kann man nicht bei dir schlafen nein auch bitte die katze das ist egal jetzt gehe ich in keller schlafen aber die katze nicht auf meiner seite ich wollte einen hund ich wollte auch einen hund du mit deinem fisch ja sagt mir dass ich hochlevel 10 hat bitte du mir den gefallen ich will nicht ich will auf level 10 haben ja ich mach ja schon gar nichts im hof ich weiß ich weiß aber dein hahn kräht ja der meldet sich freiwillig zum nächsten gröf fest ach scheiße ich nehme immer den fernseher so leben vom land willkommen beim leben von land hier sind wieder barbaba tipp spitz die ohren hier eine idee züchte einen wildbaum obstgarten heranbringen an all diesen bäumen hast du die tür nicht zugemacht anscheinend nicht ach menno ich gehe immer in den keller wenn ich rausgehen will das ist ja jetzt echt verwirrend seitdem wir den keller haben ich habe immer noch keine post mit den sammen wieso kriege ich denn keine post von der von der karolin ich will auch den tee anpflanzen nein will den hopfen jetzt nicht essen ich habe die tür zugemacht vielleicht doch doch nicht das ich h ein Ja, wir wollten beiden Hund. Ich weiß nicht, warum wir den einfach nicht kriegen. Keine Ahnung. So. 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 ja wir haben die katze ich wollte keine katze ich würde dir helfen aber das geht nicht nein nein wir müssen ich möchte schon diese diese dings haben diese maschine oder kann können wir die jetzt doch schon kaufen eventuell weil die uns alle gern haben oder sowas könnte ja sein werde jetzt für den für den für hier welchen neuen sprengler bauen auf jeden fall wir waren das freitag freitag bis sonntag oder freitag und sonntag kommt der typ mit dem wagen vorbei das weiß ich auch nicht mehr so genau wird jetzt einfach mal gucken gehen ja macht das nein nein steht nicht da an der müssen erwarten also freitag sonntag freitag samstag freitag und sonntag danke dir kann ja noch nicht mal helfen dass ich sage wir gehen jetzt zweit in die mine es muss erst die hofarbeit gemacht werden wenn du möchtest kannst du in die mine weil du bist da weiter als ich an der mine ich muss ja ich wollte in die in die schädelmine ja weißt du dass wir das heute gebacken kriegen ich glaube nicht wir müssen schon also ich will da müssen wir es halt wirklich auf nächstes mal verschieben ich bin ich wollte schon durch die hühnchen luke luke reingehen jetzt habe ich gesammelt drehen er freutig im frühling jahr drei da bekommst du was schönes so sie freitag und sonntag das war die frage ja ja im jahr drei kann ich glaube ich also ich bin tatsächlich auch hofarbeit neun arbeit bin ich zehn jaja deswegen hast du die kühle nicht gemolken zwischen bin ich vier ja toll na toll na toll hatte doch da war noch ein bisschen was hier heute mal ich bin hofarbeit neun minenarbeit fünf sammeln neun fischen neun kampf sechs da bin ich auch neun das fischen ist für mich wirklich ich muss echt fischen du musst fischen gehen die fischen nicht weiter die fischen ja genau ich gehe zwischen aber du bleibst da ich bleib hier ja 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 keine angst oder doch so oder wenn ich mal ein bisschen das presse machen und den verkaufen den espresso machen und den teuer verkaufen in meiner shipping box müsste eigentlich noch extrem sein weil ich marmelade und so das wird tatsächlich dass du die unten in die fässer machst ja die marmelade ja die konnte man doch in die fässer machen oder das ist das problem dass du die ganze arbeit machst ich muss mich damit auch noch beschäftigen ja weil ich dich zwischendurch gelassen habe ich bin freundlich oder weise wer kaffee trinken will ok 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 habe versteht manu wir wollen nichts hören nicht warum das denn nicht so bedauerlich andrina hütet haus und hof ja zu sie rennt und gestellt sich den gefahren der fische und andrina hütet haus und hof marmelade nicht in die fässer gehen nur flaschen marmelade geht nicht in die fässer hatten wir die nicht da reingetan ich war jetzt fest der meinung die hat mir da reingetan ich war jetzt echt fest der meinung dass wir die da reingetan hatten manu sagt nichts sagt sie also sie sagt dass sie nichts sagt manu konzentrieren was ist unglaublich na gut dann werden wir die marmelade eben halt verticken ich nehme ich jetzt mal mit denn ich möchte nicht die im keller die kann man was kann man damit diese hühnchenfigur machen keine ahnung die statuen eines hunds auf einem bronzen protest die einstieg die einstiegen nicht die einstiegen die einzigen bewohner dieses gebietes müssten hühner wohl sehr geliebt haben ja aber was kann ich mit der statuen machen kann ich gar nichts machen verkaufe ich 10 zentimeter lang ich bin stolz auf mich auch 20 zentimeter wenn besser nie im leben kleiner peter da gibt es geld für doch wir haben schon wieder hier hopfen hopfen und malz gotterhals so können wir hier gleich wieder hopfen reinschmeißen mit dem bier das können wir das noch in die fässer tun heiko das bier in die fässer geht das ja nein pö 26 iridium aber ich darf dir nein auch gar nicht benutzen also das so nur käse und wein 1 2 3 1 2 Wir haben hier noch eine prismatische Scherbe drin. Wollen wir die überhalten? Prismatische Scherbe? Dass wir die nachher suchen. So, Trüffel und Mayonnaise verschärbel ich, ne? Wo ist denn hier die Mitte? Da oder da? Das ist jetzt irgendwie... Ja, nein, nicht verschärbeln, bitte. Was denn? Die prismatische Scherbe nicht verschärbeln. Nein, das habe ich nicht getan. Äh, ich habe in den Box. Ach, da und eine und da eine. Da. Ja. Dann sollte rein theoretisch alles gegossen sein. Was hast du gemacht? Wo hast du was gemacht? Ähm, ich habe Iridium-Sprengler aufgestellt. Ähm. Gewächshaus, damit da alles gegossen wird. Das ist natürlich... Damit ist jetzt alles gegossen. Ah ja, okay. Wenn wir da jetzt, wenn wir da jetzt was anpflanzen. Ja. Ich könnte jetzt zum Beispiel von der Sternensaat... Ja. Wir haben ja noch Sternenfrucht. Und wenn ich jetzt von der Sternen... Oh, hier ist noch eine... Dings. Wenn ich jetzt von der Sternenfrucht, ähm... Mach aber schon die Felder hin. Ach so, auch das noch. Ja gut, mach ich. Muss ich aber einmal ganz kurz Zeit anhalten, sonst reicht die Zeit nicht. Ähm... Stimmt, dann sind die morgen früh gleich gegossen und dann könnte man da echt schon Sternenfrucht und sowas hin tun. Weißt du, was ich... Okay. Ach, Mann. Ja. Jetzt würde... Jetzt ist quasi alles gegossen, was hier... An Feldern ist. Ich weiß, er hatte gesagt, ich soll eine Steinplatte drunter machen, aber ich kann diese Steinplatte noch nicht. Habe ich noch nicht erlernt. Und warum auch immer. Ach so, soll ich dir dabei helfen oder nicht? Wenn du möchtest, kannst du gerne helfen, dann geht das schneller. Dann ist das jetzt so, weißt du. Aber ich glaube nicht, dass dann alles gegossen ist. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Wir werden sehen, was gegossen ist und was nicht. Hast du, wenn wir die Sternenfrucht noch gleich aussehen? Ich habe die noch nicht gemacht. Ich muss erst Samen machen. Okay. Das mache ich dann am morgigen Innengehen-Tag. Ja, ja, klar. Aber bevor wir den morgigen Innengehen-Tag machen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Terrasse gehen. Okay. Mal Luft holen. Ja. So.